Wir haben uns eingekreist! Wir müssen diese Position halten! Sie kommen! Da kommen sie! Feuer frei! Stellung halten! Ich werde ab Independent erreur! Das wird muss ich nicht! Auf diese Position ihr nicht verknut! Das wäre believed, dass ich nicht mehr aus Оченьader vida fiery esse SCREEN! POSITION HALTE UNTERTITELUNG Das ist ein Fieber. Wir kamen aus allen Teilen der Welt. Viele von uns hielten diesen Krieg für einen Initiationsritus, ein großes Abenteuer. Aber ich sage Ihnen, es war kein Abenteuer. Gehen Sie! Sie schießen! Sie kommen durch die Fenster rein! Sie kommen durch die Fenster rein! Die Fenster! Streifschuss! Halte die Fenster im Alter! Halte die Fenster im Alter! Halte die Fenster im Alter! Sie kommen durch die Fenster rein! Oh! Vomis! Sie können durch das Fenster 헤cken! Höfst! Höfst, Höfst! Der Halt! Der Halt! Der Halt! Der Halt! Der Halt! Neue Tötungsmaschinen wie der Panzer veränderten über Nacht das Gesicht des Krieges. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. Unsere Jungs in der Kirche werden überrannt. Wir müssen durchbrechen. Die Infatrie zählt auf uns. Benutzt das M.G.! Räumen Sie aus dem Weg! Weiter vorwärts, Fahrer! Das sind unsere Flieger da oben! Hier unten spielt die Musik, Junge! Sie rücken aus den Gräben vor! Klemm dich hinter das M.G.! Wähl sie nieder! Sie geben Fersengeld. Weiter vorwärts! Vorwärts für König im Vorderland! Wir treten kurz bis nach Berlin zurück! Wir treten kurz bis nach Berlin zurück! Wir sind ein zu fettes Ziel für das Ding! Vorder! Wir umgehen sie! Sobald du Feinsschutzwetter das Feld geschützt hast, erledigt es! Fersengeld! Wir brechen durch! Fersengeld! Wir brechen durch! Fersengeld! Volle Konzentration, Männer! Vorbecken, verdammt! Reichst du dir durch! Schieß doch alles, was dich bewegt! Anstelle eines Abenteuers erwartete uns nichts als Angst. Und vereint waren wir nur im Tod. Sch Mix!.. Wir treten gleichher! Wir treten durch! Ejtsang! Schiff, Schiff, stop! ... Oh! Druck erzeugt Gegendruck. Ab und an machen wir genug Druck, dass durch die Wolken ein Lichtstrahl auf eine Welt jenseits des Krieges fällt. Eine unerreichbare Welt. Der Krieg ist die Welt und unsere Welt ist der Krieg, aber hinter jedem Gewehr steht ein menschliches Wesen. Wir sind diese Menschen, abgestumpft und naiv, ehrenhaft und verbrecherisch. Wir sind es, die zu Legenden und von der Geschichte vergessen werden. Wir sind die Ritter der Lüfte, die Geister der Wüste und die Ratten im Schlang. Das sind unsere Geschichten.